Jippie, die Fasnacht fängt an! Was genau ist eigentlich das Tolle an der Fasnacht? Konfetti! Warum kann ich die Konfetti so gut? Wie uns die Spass machen! Wenn ich als gestern Schnapsi bekomme zum Auto aus! Stoppen! Das ist cool! Geil! Herrlich! Hervorragend! Schön! Rüdig, Söhne! Will ich jetzt etwas sagen? Ich bin ein Älterer, der hat dir gesagt, was, du alten Klaus machst Fasnacht? Sagen ich ja, das ist mit dem Psychiater! Ob das wirklich stimmt bei so viel Aggression? Was willst du denn? Keine Ahnung, ich will einfach den Bullen schlafen! Ich kann nur schlafen! Ich bin Kaste und ich schlage seine Fresse schräg! Er hat keine Chance! Und was spielst du für ein Instrument? Hast du druggelt, hast du piep? Sorry, willst du mein Vettchen oder so? Was ist das Tolle an einer Glick und am Fasnacht zu leben? So zusammen! Willst du mir Kaffee gehen oder so? Ich stehe da drin und ich scheisse gar nicht! Fuck, du hast etwas über die Fasnacht zu sagen! Ich bin im Krieg, ich habe alles anladen! Jeder hat diesen einen Freund, der einfach nicht merkt, wann es genug ist! Ja, das ist der Sinn! Mit welcher Arsch ist denn die Leute? Ja, da! Mit der Konfetti! Juhu! Und für was braucht er die Konfetti? Sicher mal die Wackis auf den Weg! Die würden ja gerne die junge, attraktive Frauen stopfen! Gerne die junge, attraktive Frauen stopfen! Stopfen! Ich finde das völlig daneben im Fall! Ich finde das ganz schön!